Hier bei uns im Landkreis Böblingen wird an dem autonomen Fahren geforscht und es wird dafür geforscht, damit es bald auf die Straße kommt. Was benötigen wir dazu? Wir benötigen einen flächendeckenden Breitbandausbau. Da sind wir die letzten Jahre gut gewesen, aber wir müssen auch die nächsten Jahre dann noch mal richtig Gas geben. Aber was benötigen wir gerade für das autonome Fahren? Ein flächendeckendes 5G-Netz. Dafür werde ich weiterhin in Berlin kämpfen, damit wir hier im Landkreis Böblingen forschen können, damit dann aus dem Landkreis Böblingen autonomes Fahren in die ganze Welt geht. Dafür werde ich mich einsetzen. Ihr Marc Bjarat